Musik Grüß Gott, herzlich willkommen in der Abteilung Eskomerz und Premium der Sparkasse Salzkammergut in Badischl. Wir sind heute zu Besuch in der Sparkasse Salzkammergut in der Abteilung Eskomerz und Premium. Michael Gschwandner, Leiter der Abteilung. Sie können uns sicher genauer informieren, was wir uns unter Eskomerz und Premium vorstellen können. Ja, sehr gerne. Eskomerz und Premium steht für unsere Unternehmenskunden und für die vermögenden Privatkunden. Das Eskomerz-Center existiert jetzt schon seit 20 Jahren. Wir feiern ein kleines Bestandsjubiläum, auf das wir sehr stolz sind. Und hier in der Hauptgeschäftsstelle gibt es uns seit 2017. In diesem Jahr wurden zwei Fachbereiche, das Eskomerz-Center und Eskcapital, zusammengelegt, um den Kunden ein Beratungszentrum anbieten zu können. Wer ist bei euch gut aufgehoben? Unsere Kunden reichen von kleinen Tischler über Rechtsanwälte, Ärzte bis hin zu Baufirmen und Bauträgern. Also insgesamt kann man sagen, alle Unternehmenskunden und die vermögenden Privatkunden sind bei uns sehr gut aufgehoben und in besten Händen. Wir bieten hier die ganze Produktpalette vom einfachen Zahlungsverkehr über Finanzieren, Investieren, Vorsorgen und Absichern bis hin zu Unternehmensgründungen und Übergarten. Ein breit gefächertes Angebot, was hier geboten und abgedeckt wird. Dazu benötigt man sicherlich ein gutes Team. Ja, das ist richtig. Unsere Mannschaft ist mittlerweile ständig gewachsen. Wir haben vier Betreuer für die Unternehmenskunden, einen Betreuer für die freien Berufe und eine Betreuerin und einen Betreuer für die vermögenden Privatkunden. Und um die administrativen Tätigkeiten und Terminvor- und Nachbereitungen zu bewältigen, gibt es noch ein Team aus sieben Assistentinnen. Die Termine finden nicht nur ausschließlich hier in der Hauptanstalt statt, sondern auch draußen in den Geschäftsstellen. Und wir eingewünscht auch gerne bei den Kunden entweder direkt im Betrieb, in der Ordination oder im Büro, weil uns diese regionale Nähe sehr wichtig ist. Wir haben kurze Wege zu den Kunden innerhalb unseres Teams und auch was Entscheidungen anbelangt. Und kurze Wege gibt es auch hier bei den Büros. Wir haben eine Tür weiter unseren Spezialisten für die freien Berufe, den wir sicher gerne kurz besuchen können. Darf ich kurz reinschauen? Habe gehört, hier finde ich den Spezialisten für freie Berufe. Mein Name ist Markus Bleier. Ich betreue seit 2015 in der Abteilung Eskommerz und Premium die Kunden der freien Berufe. Was versteht man eigentlich unter freie Berufe? Also zu meinen Kunden zählen zum Beispiel Steuerberater, Ärzte, Anwälte, Physiotherapeuten, um nur einige dieser Berufsgruppe zu nennen. Und ich betreue auch zahlreiche Studenten, die aufgrund ihrer Studienrichtung später mal zu Freiberufler werden können. Das heißt, wenn Sie einmal später den Schritt in die Selbstständigkeit wagen, dann kennen Sie mich schon als Ansprechpartner. Und meine Termine biete ich hier in der Sparkasse an. Ich fahre aber auch viel zu den Kunden und betreue sie vor Ort. Vielen Dank für die Information. Gibt es vielleicht noch einen wertvollen Tipp mit auf den Weg? Ja, in enger Zusammenarbeit mit den Steuerberatern helfen wir den Kunden beim Steuersparen, zum Beispiel mit dem Gewinnfreibetrag. Super, gut zu wissen. Dann schauen wir gleich mal weiter ins nächste Büro. Herr Bühringer, ich habe gehört, Sie haben langjährige Erfahrung und Expertise im Commerzkundenbereich. Ja, das ist richtig. Ich bin seit 32 Jahren Teil der Sparkassenfamilie. Ich bin von Anfang an für unsere Firmenkunden zuständig. Begonnen habe ich seinerzeit in der Commerzkreditabteilung und heute bin ich als Kundenbetreuer für unsere Commerzkunden mit hohem Volumen zuständig. Das klingt spannend. Was hat Sie über die doch schon so lange Zeit hinweg an der Position des Kundenbetreuers begeistert? Ja, mich begeistert vor allem die Vielfalt und die Komplexität meiner Arbeit. Ich arbeite mit anspruchsvollen Geschäftskunden zusammen, die sehr maßgeschneiderte und flexible Lösungen benötigen. Ebenso spannend finde ich auch, die diversen Geschäftsmodelle der unterschiedlichsten Branchen zu verstehen und gemeinsam mit meinen Kunden Strategien zu entwickeln, um deren Erfolg und Ertrag zu sichern und auch auszubauen. Und übrigens, als finanzstarke, selbstständige Regionalbank bieten wir auch größeren Unternehmen flexible Lösungen und rasche Entscheidungen.